Halli Hallo Hallöchen und Willkommen zu Stardioooooli. Ja, ich bin's wieder, eure Thimblecheck. Und wir starten in dieses Spiel, was gerade überall extrem gehypt wird. Ich würde sagen, auf geht's. Und weiter geht's. Leider sind wir irgendwie nicht aufgestiegen oder sowas, also farmen wir heute wieder ein bisschen rum, dass wir Kohle kriegen. Wir müssen nicht gießen, das ist natürlich schon mal super. Ich würde sagen, wir fangen mit der Farm an und gehen danach angeln. So. Oh, Kohle ist immer gut. Oh, Kohle ist einfach. So, ein Bäumchen noch und dann gehen wir angeln. So, wir können die Gießkanne nochmal auffüllen. Und dann gehen wir angeln. Ein bisschen vorangekommen sind wir schon auf der Farm. So. Jetzt hat es Zeit, dass wir aufsteigen im Angeln. Furchtbar. Ja, die bringt doch auch wieder nichts. Oh, da wird es aber ein bisschen. Gut, dass ich direkt gedrückt habe. So. So. Sollte Nein! Pongmin! Yo Nur Schrott im See! Wer schmeißt den ganzen Kram denn da rein? Nur Schrott im See! Kurp, 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 Kurp! Oh, dass das funktioniert hat. Oh, dass das funktioniert hat. Okay. Gleich mal essen. Nein, verklickt. Ja, 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 ja. Fertig. Die Sachen können direkt weg. 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 Müll, nur Schrott. Einmal will ich noch. Ja, den schaffe ich noch. Oh man. Sehr schön. Okay. 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 Und ab in die Haier. Level 1 Foraging. Sehr schön. Sehr schön. Level 1 Fishing. Sehr gut. Und 780 Gold für die Fische. Das ist doch wunderbar. Oh, verschwinde. Oh. So, dann gehen wir doch direkt mal wieder Seeds kaufen. Erstmal angeln gehen. Erstmal angeln gehen. Dann geht's. Wieso ist der eigentlich nie ein Hund? Wieso ist der eigentlich ein Hund? Oder es liegt daran, dass wir Level 1 haben, also ich wollte gerade sagen, hier beißen Fische irgendwie besser und nicht so viel Schrott. Wieso ist der eigentlich ein Hund? 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 Ich habe keinen Amethyst. 10 days, 12 days... Wieso ist der eigentlich ein Hund? Wieso ist der eigentlich ein Hund? Wieso ist der eigentlich ein Hund? So. Nein! So. Dann gehe ich auch nochmal angeln, würde ich sagen. Aber ich gehe, glaube ich, wieder in der Stadt angeln, da war es irgendwie lukrativer. Sorry, verpiss dich, dann kann ich da die... Next one, verdammt. Hallo, ho. I'm a new farmer. We all, we've all been expecting, and whose arrival has sparked many conversations. I'm Elliot, I live in the little camel by the beach. It's a pleasure to meet you. I'm Elliot, I'm Elliot, I'm Elliot, I'm Elliot. Das war's für heute. Angeln ist so interessant. Das tut mir leid für euch, aber wir brauchen halt Kohle. Das tut mir leid. 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 Das tut mir leid.